Mein Job erfordert eine besondere Vorgehensweise. Man nennt mir eine Zielperson und dann führe ich den Auftrag durch. Bei einigen Jobs soll es aussehen wie ein Unfall. Die besten Jobs sind die, bei denen erst gar keiner merkt, dass du dort warst. Das war's für mich. Das war's für mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und? Läuft grad nicht so gut für Sie. Das waren meine beiden besten Teams. Dann muss ich weitere schicken. Sparen Sie sich die Mühe. Ich komme zu Ihnen. Die Technologie ist so gut. Wir sind alle praktische Stunts. Wenn Sie das durch die Lens und die Kamera machen können, dann wird es ein ganzes Gefühl geben. Für die Stunt und für die Leute zu sehen. Ich liebe mich immer zu pushen. Ich liebe mich immer zu versuchen, zu versuchen, die ich nicht versucht habe. Und ich bin sehr froh bei diesen Sachen. Und warum nicht? Das ist was ich sagen. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. 3, 2, 1, go! Es gibt keinen besseren als dich. Du bist eine gottverdammte Maschine. Dir fehlt Gesellschaft. Ich hab doch dich, Harry. Harry McKenna hat uns verraten. Jeden Tag, den er lebt, bringt diese Firma in Gefahr. Das muss ein Fehler sein. Aber hier gibt es kein Zurück. Steven McKenna, ich trauere mit dir. Du trauerst mehr als ich, Mann. Ich will alles wissen, was du wirst. Ich will es tun. Er war dein Mentor. Du schuldest dir was. Weißt du, was er Mechaniker ist? Ein Auftragskiller. Deine Ausbildung erreicht die nächste Stufe. Das waren meine beiden besten Teams. Dann muss ich weitere schicken. Sparen Sie sich die Mühe. Ich komme zu Ihnen. Glauben Sie ernst, dass Sie kommen schneller zu mir als ich zu Ihnen? Ich bin bereits da. . Ich bin noch die Mühe. Vielen Dank.